Gehör an die Felder, und so haben die Neu-Waah! So, frag mal ihn mal. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen herankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen, und sie heult. Als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alp. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Das ist ein Ernst? Ja, komm. Ein paar Kronen sind doch noch mit drin. Machen wir mal 25, oder? Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Ey, echt jetzt? Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Gut, dann ist das geklärt. Nur zwei Bonus. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttl. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es für Lausche und niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuchen ihn. Ja, ja, kriegen wir schon hin. Onkel Geralt ist schon auf dem Weg. Und das wäre es jetzt so gewesen, wenn du an dem Zaun hängen geblieben wärst. So ist es gut. Ja, dadurch, dass die Kräuter halt nicht zwiegen. Der berüchtigte Brunnen. Meine Mittagserscheinung? Was hat sich hier zu super zu dicht dran? Wow, 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 wow. Sie ist geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Ja, normalerweise hätte ich hier auch gut gepasst, so eine Verlassene Städte. Das heißt, wenn du hier ausgeräuchert hättest. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Gut. Also der Völker hat, äh, gegen alle Missstände des Lehns, gegen den Lehnsherrn eingereicht. Okay. Ja. Was war, wo ihr... Ich muss vielleicht pensionern... ... Entonces... ... Söge 3? Wirklich, Söge 4. Wirklich, und wie schon ein bisschenической Euretzung. Wirklich, Schwieren 13h channels. Ich denke tốn jetzt an. ... Ich bin Bücher, alles. Und wo insea, aber das habe ich glaube noch nicht oder doch jawohl die mittagserscheinung ist an diesen ort gebunden durch einen gegenstand etwas das sie braucht bevor sie diese welt verlässt ein mann mit einem messer erstochen starb sofort tiere haben gefressen und nur sein skelett übrig gelassen hier ist noch mehr blut aber es ist nichts seines blutflecken kaum sichtbar hier wurde jemand entlang geschleift jemand der noch lebte besonders wie lange das dorf jetzt schon verlassen sein muss wenn hier in der hütte im baum gewachsen ist der ist bestimmt schon ein paar hundert jahre alt blutige handabdrücke kleine hände die einer frau jemand hat sie rausgeschleift sie war verwundet hat um ihr leben gekämpft niemand in sicht ich könnte immer noch spiel aber frau unter diesen bedingungen können blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben noch ein abdruck beim brunnen noch ein abdruck beim brunnen noch ein abdruck beim brunnen Der Körper ist verdorrt. Brandspuren, das war die Mittagserscheinung. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Oh, sie sind echt die Arme. Breites, beckenschmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Oh. 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 Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Das ist ein Armband mit einer Inschrift für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst, aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten, muss Geisteröl herstellen. Haben wir schon. Haben wir schon, haben wir schon. Alles in Ordnung, wir haben alles da. Und das Armband. Ich bin. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Ich bin. Sie ist fort, für immer. Ich finde es klasse, wie man da so schön hochgehalten wird. Ich bin. Ah, pass auf, wo du hintriffst. Äh, ich trete gerade nirgends wohin, mein Pferd, was der Straße folgt, ihr am Weg rumlaht, ich glaube, ich habe Pech gehabt. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu, sonst macht uns das Schlachtfeld einen Riesenärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht, aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohnmeister, Hexer. Das Gold für Hannys Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na sowas. Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Jawoll. 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 Kann man denn nicht noch... äh... ja, ja, ja. Kampf... ja. Ernsthaft, Blütze? Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Ja. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraucht. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Komm schon, Plätze. Leute, mal, bringst du ein Geld hier mit mir? Ich heiße jetzt Derva, D-E-R-V-A-E. Meine Große mit euch Zeit, um Schlügel zu erzählen. So, auf geht's zur nächsten Mission. Hä? Ah, okay, ich darf keine andere Tasse. Langsam, langsam. Beweg dich. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Ja, na, keine ungestümen Wörter hier. So. Das Arsch gehört mir. Moment. Oh, éc grave was so es muss ja und das war ja jetzt eindeutig wo das zeug rumliegen würde also auf der brücke hätte ich kaum geglaubt dass da was rumliegt weil da war dann hier noch eins im wald oder wir ziehen hier die haut ab nicht nachlassen wir haben ihn wir haben ihn ja müssen zwar noch ein bisschen üben mit dem pferd aber es klappt naja ich muss sagen es klappt auf jeden fall ja am besten alles mitnehmen was geht ja das ist immer von vorteil immer alles mitnehmen als ein fragezeichen ist was funktioniert das nicht unbedingt weil da ist nichts aber hier zum beispiel da unten aber komme ich denn wenn ich da unten bin wieder hoch ja wo 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 es wo 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 ich hab echt so ein fass erwischt echt echt ist nicht euer ernst machst du das oft mit deinem hund reden gehört meinem bruder bastian bastian hat direkt vor dem dorf gegen die schwarzen gekämpft dem habe ich ihn nicht mehr gesehen ich habe ihm gesagt tu was ich getan habe zwei finger ab damit sie dich nicht einziehen er hatte zu viel angst ich an deiner stelle würde mich auf dem schlachtfeld umsehen habe ich massenhaft leichen und leichen fresser jemand hat gesagt dass sie sich vor feuer fürchten deswegen habe ich versucht sie mit einer fackel zu vertreiben unfug sag ich dir ohne hussar hier wäre ich lebendig gefressen worden immer du trägst diese schwerte doch sicher nicht zum spaß komm mit mir hat mir die ghule vom leib hilf mir bastian zu finden dann bezahle ich dich gut ich helfe dir allerdings liegt die schlacht schon ein paar tage zurück die chancen deinem bruder lebendig zu finden sind gering sehr gering sagt bloß aber ich will wenigstens seine leiche finden damit bastian da nicht mit den schwarzen in der sonne verwest treffen wir uns auf den hügeln vor dem schlachtfeld dann gehen wir zusammen weiter ok naja sucht sein bruder kann man ja nicht verübeln da werde ich jetzt hier oben noch mal ein abstecher machen so 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 Okay. da haben wir, was man hier alles vergessen würde, wenn man ich meine jetzt nur allein von den Pflanzen her, was man hier einsammelt also ich finde das Autonut nicht schlecht, ich werde es auch drinnen lassen gut, ich weiß jetzt nicht, ob die Bildanwendung störend ist aber das muss man dann erstmal absehen wie gesagt, also ich werde es aber auch definitiv drinnen lassen ich meine, ich habe es jetzt nicht auf 30 Meter Umkreis gestellt und alles ich denke mal mit 15 Metern ist das schon okay so kurz vor dem Schlachtfeld ja, ja